Ach, machst du schon Lobby? Ja. Okay. Alright. Was wollt ihr machen? Endes Jump, Endes Puzzle, Endes Roll oder Endes Plane? Warum ist alles endlos? Kann man nicht irgendwie so einen Main-Story-Mode spielen oder so? Nein, langweilig. Oh, lass Kampagne spielen. Naja, da springen jetzt nur nach. Ja, okay, dann mach ich nur neue Lobby auf. Ich weiß es nicht, das war eine Frage. Oh, mein Gott. Guck mal, Stege. Kann man denn die Kampagne spielen? Ich weiß es nicht. Ja, kann man. Ist doch echt sinnvoller. Da ist doch alles kombiniert dann. Dann treffen wir uns jetzt als Freundesgruppe einfach häufiger. Hey Freunde, was geht ab? Jojojo, was geht ab? Wenn es ein Upload wird, ich lasse. Ich sag, Kata, er soll die ganze Zeit jeden einzelnen Charakter mit einem Name-Tag-Tracken. Okay, sind wir alle richtig? Ja. Schon. Geil. Huku muss die Story vorlesen immer. Okay, mach ich. Huku, was steht da? Äh, loslaufen. Blau, nicht blau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab gegessen, sorry. Hup, Digger. Junge, seid ihr dumm, Alter. Wir müssen hier schon bauen. Bauen. Wie bauen wir? Wir müssen was bauen. Ich glaube, wir müssen eine Treppe bauen. Einer muss drüber. 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 Stark, stark, stark. Einer muss drüber. Ach, Sals, und gooo! Oh mein Gott. Ah, jetzt schaffst du's. Einer. Let's go! Einer muss drüber. Einer muss drüber. Ein Schlüssel, Schlüssel. Hoch da, hoch da. Schnitzel, Schnitzel. Komm. Nice. Ey, jetzt halt so krass, man. Wir müssen hier drauf. Alle drauf. Alle drauf. Alle drauf. Ich fang da auf! Sprich nicht! Mann! Ey, Digga! Das sind also Freunde! Hey, das ist ruhig! Ja, was jetzt? Wir kämpfen, wir kämpfen! Ja, ich bin wieder da! Komm, raus! Mann, jetzt guck doch runter! Ey, ich bin hier... Rot! Ey, Junge! Okay, Rot, wenn Rot ist nicht in der Sekunde, da ist Subgift! Eins, zwei, Digga, Subgift! Oh mein Gott! Ich kann nicht raus! Hugo, Digga, du bist ja kackt! Hugo, drück doch alle Tasten einfach! Leertasse Steuerung! Nein, Hugo, jetzt komm drauf, ist es nicht witzig, los! Wir können auch die Kopf rufen! Hugo, du warst doch nie witzig! Wir können auch die Kopf rufen, Mann! What the fuck! Jungs, sorry, dass du es wieder ein... Ey, lass das bitte mal ganz sofort! Ey, du, 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 du! Jawoll, tschau! What? Überfall! Geschafft, easy! Okay, nächstes Level! Ey, ich liebe Kampagne, mit euch zu spielen! Ohne Scheiß! Geil, Jungs! Zwei! Okay, ich geh rechts! Hier rechts müssen sechs Leute schieben! Okay, jetzt lass rechts, äh, genau! Schön! Jawoll! Sofort! Ihr müsst hoch! Oh mein Gott, seid ihr doof! Dagegen, dagegen! Dagegen, dagegen! Ja, aber ihr müsst auch alle aneinander! Aufeinander! Oh mein Gott! Aufeinander! Aufeinander! Oh mein! Ins Gefängnis! Oh mein Gott, Digga! Ja, aber wie kommt der Mann? Blau! Ey, wer steht denn da? Wer ist blau? Digga, du, komm hier! Achso, ich bin muted, sorry! Äh, komm mal hierher! Wir brauchen Treppe! Gelb muss ein bisschen nach links! Und dann mal, lass wieder so Treppe machen! Jawoll! Oh mein Gott! Gelb wieder ein bisschen nach links! Oh mein Gott! Jetzt passt doch! Ne, ist gut, ist gut, ist gut! Und jetzt gegenlaufen! Oh mein Gott! Oh, jetzt springt gleich! Springt! Jetzt gehen die nach unten wahrscheinlich! Achso! Und spring gleich! Spring gleich! Hä? Easy! Oh! Zurück schieben! Zurück schieben! Zurück schieben! Nein, einfach Rollparleiter! Hast du zurück schieben? Ja! Ja! Ne, weg! Zurück schieben! Geil! Ey! Einer auf den Cube! Achso, das zählt nicht? Hallo? Ihr müsst schieben! Hä? Wir können das nicht mehr schieben! Wir können das nicht mehr schieben! Oh mein Gott! Doch! Doch! Schieb doch! Ja und jetzt? Ihr könnt doch nicht ziehen, oder? Doch jetzt! Okay, okay, okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Blau! Nach vorne! Wir haben es nach vorne schon geschafft! Achso! Oh mein Gott! Wir haben einfach alle Tassen gedrückt vorhin! Alter! Drehen! Kannst du mal Heiko sagen, er soll alles Daten aufziehen? Das ist schwierig! Also es gibt nur drei! Die sind alle grau! Wir müssen noch weiter! Blau, du musst noch weiter nach rechts, glaube ich! Schön! Pass, pass! Hey, hallo! Bist du? War kleiner Spaß! Warum ist immer Hugo? Das ist nur eine Person! Warum? Hugo darf ab jetzt nicht mehr die obere Person sein! Wir müssen dich retten! Wir müssen den Knopf da drauf schieben! Stopp! 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 Ey, was? Mann, hallo! Du bist dumm! Hä? Wer ist das denn? Wer ist Pink? Oh mein Gott! Basti! Was ist denn? Oh mein Gott! Ey, die Schulbus früher! Oh mein Gott! Blau! 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 Zehn da rüber! Was mich am meisten sau macht ist, dass blau aussieht wie ein Scheißelefant von vorne! Es fuckt mich so ab! Guck mal so von oben an! Siehst du es nicht? Sieht aus wie ein Scheißelefant, Digga! Meint ihr, wir könnten das speedrunnen? Ja, machen wir gerade! Digga, wenn der blau ist, nicht gleich losläuft! Alter Kevin! Mann, halt mal in der Fresse! Oh mein Gott! Oh! Rollt ihr? Ja! Oh, das war gut, das war gut! Schnell, 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 schnell! Einer! Einer, nur einer! Tot, tot, das war's! Ah, ich bin mit runtergefallen, scheiße! Ich stopp das! Warte mal! Schieb es weg! Hey, hey, hey! Was hast du gegen Elefanten? Lass auf alle warten, lass auf alle warten, oder? Was hab ich? Ne, Elefanten sind wunderbare Tiere, aber das war nicht so sauer, dass der so langsam noch ist! Oh ja, hast du Zweiergubchen rüber! Geht weiter, geht weiter, geht weiter, ich komm nach! Nein, 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 nein! Was ist das? Yes! Geht schon rüber, geht schon rüber, geht schon rüber! Jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell! Runter, 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 runter! Oh mein Gott! Rollt ihr? Achso! Boah, yo! Alter! Shit, smart! Oh! Tschüss! Danke, Kevin! Ich warte auf euch! Und raus hier! So, und jetzt ein Force Item Battle auf Map 5! Denkt ihr, Hugo würde sich auf den pinken Charakter ein Wichsen? Okay! Es ist 20 Uhr! Oh, warte mal, was ist jetzt? Das bin ich, Hugo, warte wohl! Warte mal, warte mal, was ist das jetzt? Ich kann jetzt hier was auswählen? Sind wir fertig mit der Kampagne, oder was? Ja, das ist Level 1 Zeit, oder? Oben in der Mitte! Nächste! Ja, ich geb die 3 Euro später so zurück! Ah ja, stimmt! Oben in der Mitte! Er hat recht, er hat recht! Der Mann hat recht! Abfahrt! Oh nein! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, schützt so Map! Lass mich frei! Lass mich frei! Junge! Lass mich frei! Lass mich frei! Oh mein Gott! Ich bin frei! Okay, ihr seid so dumm! Okay, weiter geht's, weiter geht's! Oh mein Gott! Ey, wer springt denn da vor? Oh mein Gott! Wir retten euch! Wir retten euch! Oh mein Gott! Zurück! Ne, nach unten! Einer muss dich opfern! Ich werd da so hängen! Oh mein Gott! Ne, wir brauchen fast die Hände! Fast die Hände! Ah nein! Ja, ich hole den! Ich hole den! Schöp! 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 Kommt hoch! Kommt hoch! Jawoll! Jawoll! Ey! Okay, schön, schön! Easy, easy! Alter, ihr seid so krass! Ich dachte, ich sterbe! Wie passt die da alleine hier einfach, Jungs? Wo ist das so? Wo ist das so? Ey, braucht ihr ein Overlay? Also alle so wunderschönen Eingedünste? Wo ist unser Seil? Digga, ja! Was soll ich sagen? Scheiß auf Seil brauche ich nicht! Okay, sorry! Ist das Strom, oder was ist das? Ne, das fällt... Alter! Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Das Level ist... Es ist over, Jungs! Ich glaube Hugo muss ins Bett, oder? Oh mein Gott! Dankeschön! Dankeschön! Du bist der Beste! Digga, ich hab getestet für uns! Ja, aber was hat's gebracht? Das wussten wir davor auch noch nicht! Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen hochstapeln! Ah, nee, Digga, laber! Nee, niemals! Was? Was? Sorry! Sorry! Ist okay! Hier, ich kann klicken! Okay! Wir laufen! Nein, nein! Wollen wir echt laufen direkt? Ja! Okay! Nein, nein! Genau! Genau! Das hab ich mir gedacht! Oh! Oh! Wir haben's geschafft! Ich wurde runtergeschoben! What the fuck? What the hell? What the hell? Was sagt die Zahl oben links? Einfach nur, wieviel Spieler gerade leben? Ja, was jetzt? Wie wir connected sind, glaube ich. Ja, das ist so respawn safe! Ja, das können wir... Wir können da nicht drüber sagen! Wer bildet die Base? Oh! Junge Fabo, Alter! Fabian Croft hat er mal wieder... Das ich von Hive gebannt bin, wieder mal, wegen Rassismus! Glattenpaul, Alter! Digga, ich hab meine Maus immer im Bild, ne? Okay, wer will der Jumper sein? Ganz oben muss ein sehr starker Spieler spielen! Das ist die... Diese Mal... Diese Mal mach ich's, ja! Wie geht's? Your time to shine! Zeig dir, was du brauchst! Okay, ich geh jetzt einfach geradeaus! Ja! Okay! Darum schaffst du! Oh! Das leckt! Hugo ist stehen geblieben! Hugo! Hugo, warum bleibst du stehen, Digga? Ich muss nur D drücken! Hä? Hatt es auf mich! Oh mein Gott! Hugo, darf nicht mehr unten stehen! Nicht mehr Hugo nach unten! Hugo ist in die Mitte! Hugo Sandwich! Hugo Sandwich! Oh mein Gott! Hugo macht Bootcrank! Drei, zwei, drei, zwei, eins! Go! Spring! Stark! Schön! Krass! Alter! Uuuut! Alter, was ist das? Wir haben das aber schon häufiger gemacht, oder? Rein, 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 rein! Wer hat Schlüssel? Nach oben drücken? Grün, glaub ich, ne? Ne, doch! Grün, doch! Ne, grün! Ich hab jetzt! Schön, 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 schön! Ey, wir sind eine Einheit, das war krass! Eben ist alles einfacher als Team! Okay, jetzt ist irgendwas mit Timelimit! Ich kann auch lesen! Was könnte das sein? Schnell! Schnell! Mach schnell! Ich hab alle meine! Na rechts, hier ist noch eine! Hallo! Hier, hier, hier! Ich kann boosten! Wer ist grün? Ich bin hier? Ich? Orange! Ich komm nicht ran! Oh! Hier hinten! Wer ist rot? Wer ist rot? Hier, hier, hier! Hallo, hallo! Da rechts waren auch noch welche! Na rechts! Na rechts! Na rechts! Na rechts! Erst rechts! Oh mein Gott! Alter, was ist denn da los? Jetzt nach links! Jetzt alle nach links! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Alle schnell! Hopp, 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 hopp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, Timejump hab ich mir anders vorgestellt! Alle nach links! Alle nach links! Alle nach links! Hier! 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 Hier holt das! Hier holt das oben, komm! Stark! Schön, weiter geht's! Oh mein Gott! Und alle rein! Jawoll! Geil! Boah! Junge! Das war das erste von vier und es wird tendenziell schwer reingessen! Na! Gib mir, gib mir! Keine Ahnung, um was geht's, Bro? TikTok Play! Du bist am Arsch, Digga! Ey, wer hat Fische? Was ist das denn? Stangen! Oh mein Gott, ich check! Ich hab keine Stange! Ihr müsst uns rüberleiten! Ihr müsst uns rüberleiten! Check ich nicht! Ich check! Ne, ihr habt Leben, oder? Ach ne, das gibt's so Dinger, die man verschieben kann! Ne, können wir das verschieben? Wir springen mal rein! Wir springen mal rein! Nicht, dass wir Leben haben, ne! Hä? Wir haben nicht mehr Leben! Ich springen mal rein! Sorry! Oh nein! Oh mein Gott! Ah! Okay, okay, okay! Was denn? Ich kann schießen! Rot muss vor! Mit dem Schild, du kannst vor! Ja! Rot ist... Ich lasse euch vor, Jungs! Komm schnell! Noch da bleib, noch da bleib, noch da bleib! Erstmal, dass Hugo nützlich ist! Stop, stop! Lass mich vor! Weg! Ich komm durch, ich komm durch! Ich bin hinter dir! Okay, jetzt müsst ihr... Nein, das klappt noch nicht, das klappt noch nicht! Wir müssen ein... Ihr müsst hoch! Ihr müsst mal ein hoch! Alle auf den Blitz rauf springen! Nein, das klappt nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir müssen einen Turm bilden! Okay, okay, okay! Oh mein Gott! Wie mit dem Regenschirm? Pink vor! Was ist Pink vor? Pink vor! So, ich mach hier den Grund! So, das check ich nicht! So, jetzt noch einer drauf! Noch einer drauf! Nein, nein, nein! Auf mich, auf mich! Einer drauf! Einer drauf! Einer drauf! Einer auf gelb! Noch einer auf gelb! Aber nicht die mit dem... Ihr müsst ja ganz hoch! Nicht grün drauf! Und Basti muss noch! Wo muss ich hin? Du musst unter grün oder Pink muss unter grün noch! Warte! Geh weg! Geh weg! Jetzt Basti drauf und jetzt rüber! Und jetzt go! Oh mein Gott! Digga! Ich muss gehen! Chill, 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 chill! Jawoll! Einmal aufmachen hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! Einer von euch! Einer doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga! Das ist scheiße! Warum tromm ich? Ihr habt die Scheiß-Türich aufbekommen! Oh mein Gott! Hier noch weiter drauf! Bitte, bitte! Ihr müsst da recht laufen! Ja jetzt! Oh mein Gott! Jawoll! Alter, der kippt gleich um! Jetzt also bitte! Ja, man auf! Übergeil! Gut! Uh! Hey, wir sind Star Trek! Mann! Bist du super gut, Alter! Du sagst es, Bro! Wir sind Star Trek-Dog! Hugo! Okay, jetzt chill! Jetzt chillig! Geh doch mal zurück! Komm doch zurück! Oh mein Gott! Ich hab krasse Reaktionszeit! Fresse! Wer holt den? Anscheinend alle! Oh mein Gott! Ich kann nicht nach oben, wenn über mir einer fährt! Stiggy Troy! Oh mein Gott! Schön, schön! Das ist gut, bis jetzt! Spiderman! Tür auf! Tür! Nice! Jawoll! Clean gelöst! Zwei Subs! Zwei, Digga! Du warst nicht gemütet, Bro! What the fuck! Ich check nicht, was man machen muss! Wir müssen... Äh? Man muss ein paar Zeit! Wir checken... Alex, wir müssen kurz vor Null auf... Genau! Auf Null? Nein, nein, nein! 2,9,6! Okay, jetzt, ex! Ich hab eh verkackt die Zeit! Ich bin so krass und ihr trollt! Boah, das war mal... Eins war sehr hoch! Jawoll! Das hat mal gereicht! Das hat mal gereicht! 0-0... Wer ist grün? Ich, Digga! Digga, was ist da denn los, Bro? Digga, Boss, Alter! 0-0-0-1, Digga, Boss! Plus Minus! Ich bin mini! Groß und klein! Alter! Oh mein Gott! Ugo, so riesen Baby einfach! Ugo, so riesen Baby! Können wir nicht mal in die Windeln wechseln? Höhöhöhöhöh! Retard Windeln find ich richtig geil! Schau dir vor, du kackst da so rein! Oh, nicht schön! Oh! Oh! Er geht nicht mehr! Man! Hast du aber schnell gemerkt! Hihi, du bist alle mini! Oh! Einer muss sich groß machen! Okay, mehr groß, mehr groß! Du kannst, oder? Ja, so, so, so! Okay, pass, pass, pass! Ohhhh! Geil! Wir sind Luftballons! Du willst das schon? Es reicht nicht für alle! Fünf! Doch, doch! Das passt! Ja, aber einer fehlt noch! Ne, das schafft es auch! Nice! Nice! Digga, Ugo macht das Show! Er hängt das doch richtig! Ich kippe jetzt noch den einen drauf! Ich hasse es! Offline only! Und dann haben wir hier Push or Jump! Ist das Game gleich vorbei? Nein, oder? Also ich hoffe nicht! Ich geb's so zurück! Ich hoffe schon einfach! Blau, du kannst nur schieben! Ne, alle anscheinend, oder? Ne, nur ich, okay! Ich hoffe, das Game ist gleich vorbei! Oh, oh, Hilfe! Sickest Movement! Oh, das finde ich hier, oder? Warte mal, ich warte noch, oder? Ja, Pink brauchen wir nicht! Mal, ich stehe! Stopp! Nee, blau, muss! Orange! Ist kaputt! Ist kaputt! Kann nichts mehr machen! Ist kaputt! Das habe ich schon fail! Ey, ihr müsst die so stacken, dass ihr mir einen rübersteigen können! Aber auch! Ey, Pink kann ja hochkommen! Warte, ich komm, ich komm! Pink! Ich hab getrollt! Pink stell dich auf mich drauf! Und dann noch nicht direkt springen! Ja, oder so! Ey, Jungs! Also, ich will jetzt nicht den machen, aber... Also, ich... Ich hab getrollt! Ich... Ich... Äh, pass auf! Wir müssen alle nach links schieben! Die orange, gelb und rot nach links schieben! Es ist schon vorbei! Lass resetten! Nein, es ist nicht! Ich kann das hier nicht! Doch, weil... Brock! Es ist over! Schieb doch trotzdem mal! Vielleicht brauchen wir grün nicht! Vielleicht ist es, ähm, intended! Dass es ein Softlock gehen kann! Okay, dann warte ich jetzt! Digga, das Game is over! Ich müsste grün darunter schieben, aber geht nicht, weil... Warte, vielleicht... Machen wir das! Okay, also... Blau muss ganz ran, nach rechts! Nicht ganz ran! Lass nicht ganz ran machen! Doch! Oder? Weil es muss ja so ein bisschen so lokal in die Treppe sein! Aber der ist kleiner! Nevermind! Ja, dann können wir ganz ran schieben! Ja! Ja, dann drück mal! Bitte! Ihr müsst runtergehen, Jungs! Es kann sein, dass ihr runtergehen müsst! Und... Boom! Jetzt alle hoch! Ich muss euch alle hoch dann gleich! Und das muss jetzt... Das muss runtergeschoben werden, oder? So! Und das jetzt zu mir, ja? Jaja! 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 Digga, sorry! Du bist so ein Abfucker! Ja, ich fühl mich schön! Okay, nice! Nice! Wir haben's! Schiff mal kurz! Schiff mal kurz! Warte kurz! Lass mal kurz erstmal vorlaufen! Eben! Blau! Blau! Okay, okay! Nein! Warte, 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 warte! Kevin, du musst hoch! Lass mal... Ja, wir müssen hier... Pass auf! Hier müssen wir die... Ja! Rot! Rot! Aber du musst erst... Oder? Ne, ne, ne! Jemand boostet mich von den Jungs gleich! So, jetzt gelb mich einmal hochpusten, bitte! Warte! Ne, ne! Du musst weiterschieben, oder nicht? Oder was? So! Gelb und rot, ihr müsst unten weiterschieben! Stopp! Nein, nein, nein! Stopp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lila muss noch drauf! Ich krieg den nicht mal nach rechts, oder? Ja, stimmt, stimmt! Lila muss nach hier! Wir haben's falsch gemacht! Schieb mal den Block unten, den Dreier zurück! Der passt hier gar nicht! Oh mein Gott! Aber der lila ne Mänen-Schweinig! Bro, pass auf! Schick den Dreier nach links! Hä? Das geht doch so! Aber das geht nicht mehr! Doch! Haufer, komm nach oben! Oh Gott! Wer ist das? Braun, wer ist das? Heiko! Heiko! Heiko muss hier wo ich... Heiko! Wir boosten! Heiko, geh nach links! Ja! Nach links! Nein! Oh mein Gott! Habe ich auch gemerkt! Orange einfach weiterschieben! Ja! Stopp! Stopp! Ich muss da auch hoch! Stopp! Oh nein! Habe ich auch gemerkt! Ja! Da komm ich nicht mehr hoch, Jungs! Wer denn? Der kann den Turm zurückschieben! Den brauchen wir gar nicht! Stimmt! Der ist doch einfach nur so! Wir brauchen den nicht! Wir brauchen den nicht! Wir brauchen den echt nicht mehr, oder? Ne, ne! Wir brauchen den! Du kannst den Turm ein Stück rüberschieben! Stopp, stopp, stopp! Rot sollten jetzt einfach eine Treppe wieder machen! Die andere Richtung! Die andere Richtung! Rot nach links! Rot! Der Geld muss jetzt immer! Oh! Oh! Oh mein Gott! Boah! 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 Wir müssen alle hoch! Nein! Wir müssen alle hoch! Wir müssen alle hoch! Am Ende muss es in eine Treppe Richtung! Aber kriegen wir nicht immer eine Treppe hin noch! Doch! Der schiebt da jetzt einfach nach rechts! Ja, schiebt einfach nach rechts! Genau! Wir müssen Huru rüberboosten! So wie mich gerade! Schau mal Basti! Wir müssen hier raus! Kevin! 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 Wir müssen hier an die Wand schieben! Ja! Er muss ja rüber! Warte mal! Ich bin stuck hier aber! Ja, aber trotzdem können wir... Ach so! Nein, nein, nein! Huru runter! Genau! Und dann schiebt es nach rechts! Ja, geil, geil, geil! Aber jetzt bist du immer noch stuck! Ja, bist du stuck! Wir können den auch irgendwie boosten oder nicht? Ja, ja, ja! Wir können so schummeln! Jetzt ist sowieso ganz vorbei! Weil ich kann den hier nicht mehr drauf schieben! Das stimmt! Oh, mach mit Schwung! Mach mit Schwung! Das geht! Warte, 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 warte! Oh mein Gott! Du seid hier oben! Boah, pass auf! Pass auf! Was ich da mach da oben! Ja! Ja! Aber jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ja, ich muss hier raus! Seid ihr dumm! Ja, eben! Ja, eben! Das bringt jetzt nicht so viel! Das stimmt! Hä? Ich zieh doch Hugo irgendwie wieder rüber! Schieb, Heiko! Ja, dann! Ich schaff's jetzt! Stopp! Hör mal! Hör mal! Wir kriegen nicht doch wieder rüber, oder? Jetzt ist der Rungeblow! Wir kriegen jetzt nicht mehr rüber! Soll ich dich rüber? Scheiß auf Kevin einfach! Lass rein! Ja, ey, Jungs! Ey, let's go! Ja, geschafft! Nein, ey! Wir haben's geschafft, Hugo! Ja, oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Das hätte sieht genauso aus wie das letzte! What the fuck! Oh mein Gott! Tschüss! Okay, noch ein Versuch! Einmal hier rüber boosten! Wie genau machen wir das mit der Reihenfolge? Inwieweit bauen wir die Treppe schon vorher? Oh mein Gott! Ja, immer Stück für Stück doch einfach! Die sind ja noch größer sortiert! Jetzt einfach ganz easy! Stück für Stück! Aber keiner nach rechts! Rot geht vor! Und nicht runter droppen! Ihr müsst oben drauf bleiben! So! Jetzt allen außer Orange! Einen weiter! So! Und ich bleib aber unten, oder? Ja! Einfach links bleiben! Einfach links bleiben! Okay! Außer wir brauchen noch jemanden zum Boosten! Ich muss da rüber, Hugo! Geh mal auf den blauen! Geh mal runter! Geh mal runter! Geh mal runter! Geh mal runter! Ja! Ich glaube auch! Niemand darf links vom Turm sein! Rechts vom Turm! Ja! Schön! Versehenlich! Geht's noch grün drauf! Ja boah! Ich bin hier zum Saving! Okay, haben wir! Easy! Easy! Wir haben's! Oh mein Gott! Ich fass es nicht! Boah! Let's fucking go, guys! Gute Arbeit! Reize Psychose! Das war das erste Level! Das war das erste Level! Oh mein Gott! Don't push us! Oh mein Gott! Hugo's up! Hugo's up! Wer auch sonst, Alter! No joke! Digga! Nee, das ist keiner! Aber er war Hugo! Digga! Digga! Das war wieder Hugo! Das war wieder Hugo! Was hast du? Er hat umgedreht! Ich hab das Gefühl, Hugo läuft nochmal rein! Nein, Digga! Ich weiß doch jetzt wie's Don't push! Digga! Das war Intentional, Heiko! Kannst du sagen, was du willst? Das hat richtig clean draufgeschafft, Alter! Bro, ich hab noch nicht so viele Subs gemacht wie heute! Das ist schon lange nicht mal für Subs! Ach so! Bei dir schon! Nein! Oh mein Gott! Du musst einen Sub machen! Oh mein Gott! Man, ich geb das Spiel zurück, dann kriegst du den Sub! Hops! Boss! Mann, Digga! Oh mein Gott! Heiko! Ich hab's auch nicht geschafft! Heiko! Ich geh nach hinten! Ich geh nach hinten! Heiko! Kann mich immer boosten, bitte ich komm ich sonst nicht! Ah! Digga! Oh mein Gott! Ja, ist okay! Ist okay! Mach mal jetzt alles lang, Digga! Ja, jetzt hab ich auch mal gejogled! Jetzt nervt man nicht rum! Okay, tsch, 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 tsch! Warte noch, warte noch, warte noch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab glockt! Oh mein Gott! Also eigentlich bin ich Fünferstabung mindestens! He! Das war Hugo nicht ich! Nein, 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 nein! Es war ausnahmsweise nicht Hugo's Schuld! Leider! Ja! Und durch die Maschine einfach! Hopp, hopp! Und weiter! Was schon mal denn? Oh, egal! Mann, Digga! Schön, schön! Spider-Man! Und Spider-Man! Und die kommen zurück wie in Season 3! Zwei! Oh, hier Turm! Oh Junge, das ist die Hölle! Kennst du ein Stück vor noch? Okay! So würde ich machen! Ähm, Pink! Nice! Pink! Hallo! Lass mal auch jetzt die anderen warten kurz! Oh, ich hab da gab's Sub-Bomb! Ich hab da gab's Sub-Bomb! Lass das Level noch spielen! 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 Ja! Der zittert, der kann nicht mehr! Jungs, ich muss weg! Jungs, ich muss weg! Ich brauch mein Crack! Ich hab ein Tor geschossen! Ich hab ein Tor geschossen! Digga! Was ist denn? Ich muss weg! Was ist denn? Oh mein Gott! So, was ist das jetzt? Na ja, ich glaub jetzt könnten wir halt noch André spielen! Wie geht's? Bist du?